Hallo Leute, ciao von Andrea Unger aus dem Wald. Ja, Wald ist wild, die Börse ist wild, es gehört alles zusammen. Ne, ich bin eigentlich ein bisschen unterwegs, aber wollte trotzdem dieses Video drehen, um eine Antwort zu geben einem Zuschauer, der in dem letzten Video, wo ich irgendwie erklärt habe, wie ich eine Chartanalyse nicht trauen kann, weil, ich habe gezeigt, einige zufällige Chartanalysen geben auch Antworten bei randomen Daten, also kann ich sagen, wie kann ich so etwas trauen. Er hat auf dem englischen Kanal von der Ungarn Academy ein Video gefunden, wo ich über technische Analyse gesprochen hatte und wo ich so genau gesagt habe, dass ich an technische Analyse glaube. Also dort habe ich ganz festgestellt und ganz deutlich gesagt, dass ich an, dass ich die technische Analyse traue, dass ich mit technischen Analyse arbeite. Und ich habe auch in dem Video erklärt, dass ich ein Mitglied bin von der italienischen Gesellschaft für eine technische Analyse, ich bin hier ein honorary member, nicht mehr ein, ich zahle nichts mehr. Aber okay. Und dort habe ich das gesagt und da habe ich also gesagt, da ich dabei bin, muss ich auch an technische Analyse glauben. Ich habe das wirklich gesagt, keine Angst, aber wenn jemand dieses Video sieht, wird er auch finden, dass genau in dem Video habe ich technische Analyse in zwei Teile getrennt eigentlich. Einmal die sogenannte Chartanalyse, die alle sofort denken, wenn man über technische Analyse spricht. Da kommt eine Biene, das ist von der Konkurrenz vielleicht. Also habe ich getrennt, Chartanalyse auf einer Seite und Quantanalyse auf der anderen. Was ist das? Normalerweise, wenn man an technische Analyse denkt, denkt man sofort an Chartanalyse. Widerstände und Trennlinien, Oszillatoren, Indikatoren und so weiter. Und das ist, was man sofort denkt. Und wenn ich dann sage, ich glaube an technische Analyse, dann hat man natürlich sofort die Antwort. Andrea Unger ist ein blöder Kerl, weil er einmal sagt, dass er an Chartanalyse glaubt und auf der anderen Seite sagt er, dass er das nicht trauen kann. Ich habe niemals gesagt, dass ich an Chartanalyse glaube. Ich habe gesagt, ich glaube an Technical Analysis. Ich glaube an technische Analyse. Und das bedeutet, ich glaube am anderen Teil von technischer Analyse. Was ist das? Die Quantanalyse. Also Quant Trading. Quantitative Trading auf Englisch. Und was sagt das? Das sagt, dass man die Märkte irgendwie mit Zahlen, Nummern oder Massen kann. Die Statistiken kann man studieren. Und von den Analysen kann man dann etwas bauen, mit denen man arbeiten kann, mit denen man handeln kann. Was ich eigentlich mache. Also, dieses zweite Teil von der technischen Analyse ist nicht so alt. Ich muss ehrlich sagen, dass das kam in den letzten Jahren. Und in den letzten Jahren ist es auch sehr wichtig geworden. Ich war mehrmals bei der IFTA-Konferenz. Das ist die wichtigste Konferenz in der Welt von technischen Analyse. Ich war auch eingeladen, hatte Vorträge dort. Einmal in Sydney, einmal in Mailand und einmal in Kuala Lumpur. Also, ich habe schon ein bisschen Ahnung, was da passiert. Und ich habe gesehen, wirklich, wie es in den letzten Jahren immer mehr fokussiert ist auf diese Quantanalyse und immer weniger auf Chartanalyse. Das bedeutet nicht, dass die Leute schlau geworden sind, dass sie gesehen haben, dass die Chartanalyse nicht funktioniert und dass sie heute Quantanalyse durchführen müssen. Das will ich nicht sagen und ich kann natürlich nicht für die anderen Leute sprechen. Ich sage nur, dass in den letzten Jahren gab es immer mehr Vorträge über Quantanalyse und weniger auf Chartanalyse. Und so ist diese Quantanalyse wichtiger geworden in den Jahren. Und das ist auch das Teil von der technischen Analyse. Das ist für mich das wichtigste Teil von der technischen Analyse, mit dem ich arbeite, mit dem ich mich beschäftige und was wirklich aus meiner Sicht wichtig ist im Trading. Quant ist Quantität, also man kann es zahlen, man kann es rechnen, man kann massen. Ich habe Ansätze, wo ich irgendwie etwas teste mit Nummern und diese Zahlen geben mir eine Antwort, sodass es mindestens in der Vergangenheit funktioniert hat. Und das kann ich dann für die Zukunft auch nutzen, wenn die Bedingungen wieder stattfinden. Das ist ungefähr mein Ansatz. Einige haben als Beispiel gesagt, wenn es in Italien um 10 Uhr regnet, dann geht der DAX runter oder so. Okay, das sind Extremfälle. Sowas nutze ich natürlich nicht. Aber es gibt auch sowas. Und nicht nur von meiner Seite. Es gibt auch wichtigere Leute wie Simons bei Renaissance Fund. Die arbeiten wirklich mit allen möglichen Analysen, die sie zusammenbauen können, wo es irgendetwas gibt, was wahrscheinlich aussieht. Und das nutzen die Leute für ihren Handel. Es kommt auch ein Hubschrauber oder sowas hier. Wirklich eine gefährliche Gegend hier. Also Quantanalyse als technische Analyse, das ist mein Feld. An dem glaube ich, mit dem arbeite ich jeden Tag. Chartanalyse, muss ich leider nochmal sagen, ist nicht das Beste in der Welt für mich. Ich bin nicht der Nummer 1 Fan für Chartanalyse. Und das habe ich, glaube ich, schon deutlich erklärt in meinem letzten Video. Quantanalyse, was überhaupt Quantanalyse bedeutet und so weiter, werde ich langsam in der Zukunft in anderen Videos erklären. Ein Teil nach dem anderen. Das kann man nicht in 5 oder 10 Minuten erklären. Da gibt es eine ganze Welt dahinter. Aber wir können langsam darüber gehen. Es gibt schon einige Videos hier, wo ich Beispiele gezeigt habe. Sie können mal in der Videos-Sektion schauen. Und finden Sie diese End-of-Math-Rallye oder Sell in May and go away. Oder im Urlaub Geld verdienen oder im Schlaf Geld verdienen. Diese Videos sind alle Beispiele, die wirklich funktionieren. Sachen, die wirklich profitabel sind und mit denen man arbeiten kann oder von denen man Ideen finden kann, damit man dann arbeiten kann oder Ansätze bauen. Generell, das ist, was ich mache und was ich hier versuche mitzuteilen. Und ich erkläre auch, warum aus meiner Sicht die anderen Ansätze nicht so besonders gut funktionieren oder irgendwie schwieriger sind zu lernen. Ich kann Talent nicht lernen. Ich kann eine Methode lernen, aber nicht Talent. Talent ist, einer ist geboren mit Talent. Und also, ich versuche etwas zu nutzen, was jeder nutzen kann. Das ist es ungefähr. Unterschreiben Sie beim Kanal bitte, sodass Sie sofort mitkommen, wenn etwas Neues gibt. Sowieso diese neuen Videos, wo ich langsam erklären werde, wie ich arbeite. Und Sie können auch mein E-Book gratis runterladen bei der TradingWeltmeister.de Webseite. Die ist da unten finden und dort ist alles gratis. Und dann haben Sie schon ein Beispiel, wie ich angefangen habe und wie es dann weitergegangen ist. Das war's. Ich hoffe, die Antwort ist klar. Sowieso für den Zuschauer, der im Zweifel war wegen meiner Videos. Und ich werde in der Zukunft versuchen, meine Positionen etwas klarer zu erklären, sodass es nicht nochmal kommt, dass jemand nicht mehr weiß, wohin ich euch bringen will. Das war's. Also, ciao aus dem Wald. Beziehungsweise, dieser Wald ist in Deutschland. Ich bin in Deutschland im Moment, aber ich werde dann Ende des Wochen wieder nach Italien fahren. Wo gibt's auch schöneres Wetter, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist egal. Deutschland ist auch ein schönes Land und im Wald. Solche Wälde habe ich in meiner Gegend leider nicht. Ciao von Andrea Unger. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.